Am Dienstag hat sich der Ministerrat darauf geeinigt, gleichgeschlechtlich lebenden und liebenden Paaren die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft zu eröffnen. Auf dem Bezirksamt allerdings und nicht auf dem Standesamt. Was manchen an Gleichstellung zu wenig ist, ist freilich einigen zu viel. Für Bischöfe der römisch-katholischen Kirche werden schlimme Befürchtungen wahr, halten sie doch die Institution Ehe für gefährdet. Andere Mitglieder der katholischen Kirche sehen das durchaus differenziert. Christoph Riedl über ein Thema, das nicht zum ersten Mal heftig diskutiert wird. Was macht der Priester mit einem Homosexuellen, der sagt, ich will zur Messe gehen? Ganz knapp. Sagen Sie, du darfst nicht? Wenn ich es ihm ganz knapp und hart sagen darf, ist die Lage so. Wenn er mir sagt, ich habe eine homosexuelle Neigung, aber ich bemühe mich, enthaltsam zu leben, dann kann ich sagen, selbstverständlich. Es ist überhaupt kein Grund, nicht zu den Sakramenten zu gehen. In aller Freundschaft und Liebe. Das ist nicht natürlich, wenn Männer sexuell, erotisch nach einem anderen Mann verlangen und eine Frau nach einer anderen Frau. Die Diskussion ist nicht neu. Die Positionen bekannt. Die Gesellschaft gespalten. Sollen auch homosexuelle Menschen Ja zueinander sagen dürfen? Der Gesetzesentwurf, der eingetragene Partnerschaften vorsieht, soll es möglich machen. Allerdings nicht auf dem Standesamt. Die Meinung der römisch-katholischen Bischöfe dazu ist klar. Die österreichischen Bischöfe halten daher die Einführung einer eingetragenen Partnerschaft für homosexuelle Partner weiterhin weder für angebracht noch für notwendig. Sehr wohl für angebracht und notwendig hält es hingegen Karin Meier. Sie lebt mit ihrem 14-jährigen Sohn Stefan in Wien und ist lesbisch. Die Erfüllung des Kinderwunsches wurde durch eine Samenspende möglich. Der Kontakt zum leiblichen Vater besteht. Eine Patchwork-Familie eben. In einem katholischen Elternhaus aufgewachsen hat sich Karin Meier zunehmend von der Kirche entfernt. Ich habe mich als lesbische Frau dazu entschieden, ein Kind zu bekommen. Und vom ersten Tag an war es für mich klar, dass ich daraus kein Geheimnis mache, weil ich das für mein Kind ganz, ganz wichtig empfinde. Dass es ganz offen und ganz normal sozusagen aufwächst. Und ich fürchte oder hätte befürchtet, dass das innerhalb engerer kirchlicher Strukturen oder einer Pfarrgemeinde nicht mehr so leicht möglich ist. Für mich persönlich sind die kirchlichen, christlichen Wertvorstellungen immer noch sehr wichtig. Mir ist auch wichtig daran, mein Kind manches weiterzugeben. Und wir feiern manche Feste und wir reden auch über die Bibel. Und weil mir die Werte auch ganz, ganz wichtig sind und die auch zu leben. Die Vereinbarkeit von Homosexualität und Glaube ist für viele gleichgeschlechtlich liebende Menschen Thema. Auf der Suche nach Orientierung und Halt will der Arbeitskreis für Homosexuellen Pastoral in der Diözese Innsbruck seit mehr als zehn Jahren Hilfe anbieten. Der Steiler Missionar, Pater Pep Steinmetz, ist Mitbegründer und ehemaliger Leiter des Seelsorgeteams. Das macht mich sehr traurig. Das ist eine, da komme ich fast zum Rähren, weil ich einfach merke, wie die Leute darunter leiden, die gläubig sind. Und weil ich einfach glaube, dass die Kirche da sein müsste, genau um Beziehungen zu schützen und nicht es schwer zu machen. Und darum bin ich auch sehr froh, dass jetzt dieses Gesetz endlich kommt, auch wenn es noch nicht optimal ist, aber dass es kommt. Hauptpunkt der homosexuellen Seelsorge ist die Arbeit mit Angehörigen, mit Freunden. Outet sich ein Sohn als schwul oder eine Tochter als lesbisch, führt das oft auch zu einer Zerreissprobe für die Eltern. In diesem Arbeitskreis sind sehr viele betroffene Eltern an uns herangetreten und für die war es oft die Hülle, das durchzumachen. Und das ist auch sehr durchgegangen durch die Ehen. Also nicht wenige Männer haben gesagt, es wäre einer lieber, ihr Sohn wäre tot, wie dass er schwul ist. Und also wirklich ganz massive Spannungen in der Ehe und es ist ein langer Weg der Begleitung immer wieder angestanden. Das Thema homosexuellen Pastoral ist heikel. Auf Anfrage der Orientierung wurden Interviews abgelehnt. Diözesane Einrichtungen gaben uns keine Drehgenehmigung. Man will die pastorale Arbeit schützen, ist diese Art der Seelsorge doch so manchen Kritiker ein Dorn im Auge. Und diese Kritiker wissen das Lehramt der römisch-katholischen Kirche hinter sich. Das verurteilt zwar nicht gleichgeschlechtlich empfindende Personen, jedoch gelebte Homosexualität. So heisst es etwa im Weltkatechismus. Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit gerufen. Durch die Tugenden der Selbstbeherrschung können und sollen sie sich durch das Gebet und die sakramentale Gnade, Schritt um Schritt aber entschieden der christlichen Vollkommenheit annähern. Die katholische Kirche begründet ihre Position naturrechtlich. Will heißen, gelebte Homosexualität entspricht nicht der Schöpfungsordnung, ist also kontra naturam, wie es in der theologischen Fachsprache heisst. Das was theologisch kontra naturam ist, ist dann psychotherapeutisch gesehen das, was man einen Double-Band nennt, eine doppelte Botschaft. Auf der einen Seite, du bist so und du kannst nichts dafür, dass du so bist, und auf der anderen Seite, aber so sein sollst du nicht und so leben sollst du nicht. Und das ist psychologisch, psychosozial und aus therapeutischer Sicht eine verheerende Message, die man den Leuten geben kann, jede Form, die in dieser Weise dann nur eine Duldung ist oder, so wie man das oberflächlich versteht, auch nur eine Toleranz ist, ist dann eigentlich eine Zurückweisung. Also ich komme von der Erfahrung her, ich sehe, dass das liebende Menschen sind und dass diese Beziehung, wenn sie eben nicht rein auf Sexualität verkürzt wird, dass diese Beziehungen zu einer erfüllten Liebe führen können. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganz kontra naturam ist. Und noch ein Punkt sorgt für Diskussionen. Die Adoption von Kindern, auch von solchen, die aus einer vorherigen Beziehung stammen, ist homosexuellen Paaren weiterhin verboten. Indem man immer wieder so in der Diskussion auch sagt, das wären keine guten Eltern, das wären keine guten Familien oder keine richtigen Familien, diskriminiert man eigentlich die Kinder. Und das ist das, was mich am meisten trifft. Das Wort Familie kommt im Entwurf für das Partnerschaftsgesetz übrigens überhaupt nicht vor. Echte Gleichstellung würde wohl anders aussehen. Amen. Vielen Dank.